so dass immer wieder bei einer neuen Aufnahme Session das Bild wird denn dieses Mal auch dabei und der Marco und ich ja 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 er aber es machen wir an der Ende bei diesem Ziel und also wenn wir reden jetzt schon eine Viertelstunde über irgendeinen Scheißberg okay warte mal schnell was wir schauen was die Nils so zu bieten hat für ein Auto weil dann nicht dann gerechtes Auto nicht haben also du hast nur den Elipsen EWO seit Ewigkeit nicht genau schließen er wäre mit welcher Karreform weil ich habe jetzt mein Audi er hat die Scheißgabe er hat den Mitsubishi Elipsi GT mit fast gar nichts drin oder doch ja aber ich kann nicht mehr schlechter werden als mein Porsche und er hat Prozent 500 600 200 also fast 300 und insgesamt 471 er könnte man müssen das meint ein Allerschlechtester warte mal dann kann ich gehen als sie verheiratet der BMW kommt der Porsche ist der einzigste der irgendwie rankommt ich könnte natürlich alles rausbauen hey hast du noch den Mazda 3 Nein warum hast du den Fahrer gelöscht und hättest du gehen können ich könnte auch mit meinem Elipsi GT fahren und ist es wie ich kann ich kann also ja ich könnte mit meinem zweiten Account fahren ja was hat man ist ja nimm den der ist noch schwächer genug weiß ich nicht wie schwach ist der weil da habe ich halt auch den Toyota aber der hat 511 und der andere hat 410 also warum lädt es so lange ich habe den Elipsi ach jetzt seit sie online okay dann hast du sie auch ich bin gerade im Safehouse fahrt ja aber trotzdem bin ich jetzt eigentlich noch in der Gruppe weil ich den Fahrer gewechselt habe äh ich weiß es nicht ja ich auch du bist nicht mehr bei mir in der Gruppe wäre ich ja also Nils ist noch drinnen aber du nicht mehr ja dann bleibe ich dich mal ein einladen ich habe nichts bekommen ich bin einfach immer mit dabei ach ist doch egal kommen rennen ich lade dich ja einfach man ja nee das ist doof das nehmen nein komm alter ich kann das renn nicht auswählen so jetzt ein Teil nehmen früher zu jane freundlichste öffnen einmal zweimal ignorieren so Lobby ah nicht so viel aber das ist so unfair oh 200 ziel aber das ist der schwächste Entschwächeren habe ich wirklich nicht ja das ist ein jahre aus man muss sagen er sieht geil aus wer meiner nein meiner das sieht scheiße aus ne Chef der Markt ist der xd ist Flo oder? ne Flo ist FFM Racer 90-23 20 ja das muss loslegen hier ja kommt jetzt schon weiter so weiter zehn Kilometer renn watt g da ja keine Ahnung ich hab mich auf die so ist es wieder schwierig da in den grünen Bereich bei mir zu kommen ich hab's nicht ich hab's nicht ich hab so ein Skill-Modde ist der grüne Bereich größer wie konnte man noch mal 1 2 3 4 5 äh ne nur Marco hier schon alter hör mal auf was the fuck du bist bei mir gegen es nix gefahren ja ich bin bei mir gegen das Auto gefahren ich bin grad gegen die Mauer gefahren halt ihr liefert euch den Bettler wohl Nils und Scheiß auch dort nein was soll die Scheiße ja 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 halt oh Fuck jetzt war das falsche Leer Taste ist wie äh Bremse ne also, Parkbremse ahja jetzt ist wichtig und dann gibt er nochmal Hydro WTF muss ich nicht erst in World reinfinden wenn ich die ganze Zeit Rivals spiel nein achk na nein ich habe die eine kante bin ich gehört der ein kant wenn ich kann auch ausgewichen aber in die andere bin ich voll reinge ich habe auch ich habe auch eine mitgenommen kommt genau von der kurve raus wer hat jetzt schon wieder rurak 7 7 mann hier ist das ist doch mal ich bin ich scheiße nein was mache ich warum fahr ich jetzt aus dem scheiße okay der hinter mir fährt auch ausdrucken jetzt ist der maßnahmen ich konnte nicht mehr rüber da war dann der gelände scheiße dass die besseren ich bin es echt nicht gewohnt dass diese komplett starr sind die autos ich mag das nicht das ist das worauf dieses in realistische fahrverhalten jetzt weiter ich bin aber nah dran jetzt er hat das ja ein stärkeres ausdruckst du stolz aber ich bin jetzt voll oft irgendwo dagegen gefahren zum beispiel jetzt wieder gegen autobah saufprägt ich habe keinen magneten nein jetzt diesmal ich hätte es eigentlich die ganze zeit gemacht aber ich habe keine wie einfach nur die ganze zeit autos vor mir sind nein scheiße ich habe nichts aus das war es so was von der umweg was ich gefahren wird wer du fährst natürlich gerade durch er aber ich habe es ein bisschen abbrechen müssen das ist der rar wurde fahrt aller was macht die nilz gerade so ok der singe ja er hat bei mir gerade ein verkehrsbank lege gesetzt es ist nils aber bald habe ich keine du hättest vielleicht mit einem anderen account fahren müssen es ist ein bisschen nein ja 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 es ist ja es ist ein schweizierter erhältlich erhältlich das letzte Auto vor der ziehgerade kommt gerade noch darüber geschossen Geilbergeleitung jetzt ist es an kurz das ist ein bisschen mit nummernschild gekriegt also kommt ist sie weg hat sich jetzt gelohnt oder verlassen so hatte ich schon mal grad wie ich vielleicht kann es einen neuen account schnell erstellen mit seinem wagen der ungefähr gleich gut ist ja aber ich kann es nicht machen weil weil ich habe schon alle ja ich habe ein silver pack was habe ich überhaupt gemacht naja wurscht müssen wir mal ein race Motor Street Reifen 2.500 Geld Leipen Reparatur mal 40 und Street Reifen ja mal schauen wir uns ja dann gehen wir mal Safehouse nein ich hasse es ich hasse es wir umstart dich nie einen scheiß Timer fangt so entscheidend aber mal verhältst du mal 6 mal mit meiner Welt er ist richtig scheiße was da geht so was die Gruppe er in der Liste so in den Taten ist jetzt ein bisschen sein das haben wir noch vor egal die karte voll auf so das sind scheiße wenn ich den jetzt besser mache ja das ist ja kacke weil ich habe gerade neuer karte erstellt ja dann lasse ich das jetzt muss ich aber trotzdem noch ein bisschen individualisierung weil ich bin doch schlechter als jetzt alle anderen darum kauf ich mir jetzt noch ein paar sachen weil ich habe 55.000 ach so ja wenn dann fahre ich mit dem max weil ich glaube das noch schlecht oder ich habe 213 Grad Klasse I was hast du dir geholt um Prozent der VW Chiroko Passo er ist kann Prozent 362 in der Reihe 3 4 4 4 4 4 62 was war die er nicht schicken die die da hat gewahrten Prozent 3 82 Alter der sich viel besser alt ist die Kündigungen wie auch Wagenwechsel im Städtigen bringt es voll So als habe ich jetzt bin ich Wagenklasse D geworden mit 269 Ja warte dann fahre ich Hey Heels warum fährst du eigentlich nicht mit deinem Miss Du hast doch bei deinem zweiten Fahrer oder bei deinem ersten Fahrer besser gesagt was doch ein Miss dann Ja da hab ich keine Lust drauf Aber der ist viel besser Ja und Ja gut dann fahre ich weiter mit dem Mitsubishi weil der ist nur mein Schwächster zurzeit Wagenklasse eines Freundes gestiegen Die können wir auch gerade und ich war mit 1 km h den Berghof Das ist richtig hart Das ist so lahm dass der Front anzieht Ich hasse das Lägt mich wieder jemand ein? Ja ich wäre auch bereit Marco lädt wieder ein oder? Ich glaube gerade nur mein Wagen ist teilt So hast du da gemacht was? Vielleicht macht man schon Was? Keine Ahnung Ich habe jetzt noch eingestellt Also jetzt Ich wollte jetzt nur noch so 10 Minuten mehr machen damit die Qualität besser ist Ähm Ihr müsst schnell ein Rennen machen Warum? Ah stimmt Weil ich ja wieder den Start-Rennen machen muss ganz am Anfang Einmal schnell Oder zwei Rennen muss ich schnell fahren Ok mach ich einfach schnell Wuuu Ich geb hier Gummi Ja dann mach ich jetzt ein Rennen mit Nils warte mal Nils Ja komm Ein Moment Nils Ja tu das Äh Ich darf das hab ich gerade vor Teilnehmen Privat äh Und es müsste Was was bekommen Ja das auch angenommen Oho Diese Leistung Alter denn hast du jetzt besser gemacht Was hast du was hast getan als ich habe ihn schlechter gemacht Jetzt brauchst du nur noch eine Aufladung und Fahrwerke zu sehen Aufladung Motor habe ich mehr gekauft Dadurch ist eine Wagenklasse besser geworden Ich hab Motor einstirn Aufladung einstirn Fahr Äh Getriebe einstirn Fahrwerk 2 Bremsen 2 Und Reifen 3 Alter Ich kann nur Level 1 Sachen überall kaufen Mein Engine ist besser als deiner Echt? Ja Da muss ich eine bessere Ach nein jetzt ist da gar kein Schnee mehr Der Schnee ist schon weg Ach komm das ist doch jetzt scheiße oder Warum haben wir den Schnee schon weggetan Weil Weil Keine Ahnung Weil kein Schnee mehr da ist Also zumindest hier Ich hätte sie wenigstens noch bis Februar gelassen In Germany Keine Ahnung Vielleicht kommt da wieder Schnee Ich hoffe es nicht Ich mag den Schnee nicht Geht nur dein Fahrrad geschrotten und es ist so eisig kalt draußen Von mir aus könnte jedes ganze Jahr durch 20 Grad sein Nein ich meine ja jetzt im Spiel du Blödmann Ja und Ja und Das wäre mir auch egal Ihr könnt das auch in dieses Verkehrsverkehrsverkehrsverkehr Ja du das 90 Grad haben So da haben wir das erste Rennen beendet Kriegen wir wieder Geld Das war ein Ergebnis Ja ich bin erster ne du glotzt jetzt Alter überspringen Boah da kriegst du nur 3 ohne will mich verarschen Ja Boah Power Up wie geil Nächstes Rennen Nächstes Rennen Kann ich jetzt da gut spielen Ah Ich kann jetzt schon spielen Echt nicht Ich dachte man soll zwei Rennen machen Anscheinend nicht Seid ihr schon jetzt im Rennen? Ja wir fahren Ja Nein jetzt habe ich sie auch wieder zu verpassen Nein jetzt habe ich mir gerade eine Aufladung geholt Jetzt kriege ich eine Lwitz bei Auflade Ja dann musst du die halt verkaufen Seid ihr im Rennen gerade oder kann nicht Ja Sind wir Achso Dann mach ich das schnell mit der Aufladung Wir racen gerade und ich überquere Oder ist der Timer zu Ende Ich habe leider keinen schwörfigen Magneten mehr Ah man Nils Alter ich hatte eine Höchstgeschwindigkeit 210 km h Das ist ja lahm und Yils hatte 192 So weiter Wir spielen in 2004 Spiel Skillmord Bescheid die Gerne wurde von Ja okay der bringt es vielleicht Der Künstler Rapid Refuge Ja dann mal Wagenklasse eines Freundes gestiegen Er war das schon wieder Keine Ahnung nicht Nö Also ich bin immer noch Quarklasse D Außer der hat es gerechnet dass ich wieder erst abgestiegen bin Ja das kann sein Ja ich würde sagen dann gibt es jetzt mal einen Cut Und wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss Tschüss